Das war ein Kumpel wahrscheinlich. Nein, das war ein Teutchen-Impala. Jetzt bewegen sich alle weg und wir fahren jetzt langsam hinterher. Aber wie freundlich die eigentlich mit der Chakane sind, ne? Ach, die gehen jetzt zu dem Baum da vorne und legen sich da in den Schatten. Dann fahren wir da jetzt hin, ne? Mit Hasiputz. Ja. Ich hab das eingeschränkt.